Zilli! Herr Adler! Herr Adler! Hallo, danke schön! Lach, 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 lach! Ich schau auf jetzt! Auf Wiedersehen! Herr Elstner! Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein! Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein! So die Tür zugeht! Herr Elstner! Herr Elstner! Wo ist denn er? Ja, Elstner! Sie lassen mir hier nie runterfällt, das ist gut! Ja, mach ich klar! Was? Wir sind doch ein Team! Ach, da geht die Kamera hoch und genau! Herr Elstner! 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 Warte! Wie heißt denn gleich, Frau Maley? Wie heißt denn gleich? Wie heißt denn gleich? Ich weiß, die derjenner! Wie heißt denn denn? Die könntest du noch gebrauchen! Wie heißt denn denn? Ich spreche ihr Namen, nicht! Können Sie mal bitte schreiben! Ich weiß ja noch nicht, was ist so peinlich. Hallo, hier ist der Soße dabei. Hast du ja lange gepackt? Ja. Eine Serie kommt doch nicht mehr. Warten wir mal. Hast du da einen Rumpfkopf? Wo ist immer von... Matze! Es kommt nur ein, Matze. Matze Hummel. Ja. Matze Hummel. Matze. Ja, guck mal alle. Ihr seid auch so rummelz. Ey, yo, ikut. Matze, Matze, Matze. Ja, bitte. Das nennt man, der ist auch noch, der nimmt noch Zeit, ja. Veranstaltungsrat, ja. Manche haben so stark. Matze, der Knurr, der Knurr. Kannst du dir die Rollen hegen? Das kann man so reichen, ja. Das kann man so reichen, ja. Das bezahlt man so viel, oder stimmt. Matze, Matze, Matze. Guck, Luca Toni. Das ist wieder vor. Schau. Ja, wir machen so ein Lumpfkopf. Du hast den Knurr. Das ist jetzt. Das war immer. Tschüss, richtig. Ja, wir machen so ein Lumpfkopf. Hey, das kann ich mehr. Hat sie! Hat sie! Hat sie! Hat sie! Hat sie! Hallo! Tschach, tschach! Das DDR-Regime zerrückt, schlussendlich der Protestentwicklung anschließt und somit aktiv ist. Das war Wahnsinn.